Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich fahre morgen auf Klassenfahrt in den Harz und ich muss meinen Rucksack dann bepacken. Bis jetzt habe ich eine Jacke eingepackt, vier Socken und eine kurze Hose. Aber ich brauche natürlich noch mehr, deswegen brauche ich Pullis und noch lange Hosen und noch mehr T-Shirts glaube ich. Also erst einfach mal ein Pulli. Ich pack gerade mein Kopf. Ganz kurz, ganz kurz, die Konversation gerade lief so ab. Mama hält die Kamera hoch, macht sie an und sagt, ich filme nicht mal kurz. Riff Aufnahme. Also ich habe hier jetzt noch mal zwei weitere kurze Hosen. Wie soll denn das Wetter überhaupt werden? Heiß. Ja, heiß. 27 Grad. Ja, aber die Wetterpreise sind momentan sowieso irgendwie von Arsch. Also Samstag soll es... Ach ne, wir sind schon bei Samstag. Morgen fahrt ihr ja. Ne, 27 Grad, Sonne-Wolken-Mix. Was hast du jetzt Ash gerade denn gebracht? Du hast gerade was gebracht, was er braucht, was auf der Liste bei ihm steht, ne? Da stand da wirklich die Brauchten. Ja, ja. Also das steht auf jeden Fall Kopfbedeckung. Komm, also... Ja, okay. Schicke Kopfbedeckung. Dann hier nochmal ein weiteres T-Shirt. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu klein eingestellt. Wo bei Ash wird das denn jetzt so aussehen? Was ist denn das? Weil du sagst ja, das krieg ich wieder. Aber was ist das für ne Marke dann? Also... Nein, das ist einfach nur ne typische... Achso. Die ist jetzt für ne Woche geliehen und die kriegen wir nach Hause wieder. Fünf Tage? Ja. Fünf Tage? Naja, die fahren... Ja, okay. Nicht verlieren? Ja. Ich wollte nur Frau Zahnweiler schauen. Deine Erdposten bleibt aufbreden lassen. Mhm. So, das hier kommt einmal die Kulturtasche rein. Mit der Zahnbürste und alles so, ne? Das ist ne Kulturtasche. Es fehlt noch Zahnpasta, die musst du einpacken. Das wär auch ne gute Feiertasche. Ja, ne? Ja. Nasensprecher ist aber nicht mehr viel. Du brauchst was Neues. Ja. Ähm... Viel Spaß, wenn wir packen. Oh nein. Er packt jetzt ganz viel Deo rein. Nein. Deo auch nichts. Er brauchst du noch irgendwas für deine Klassenfahrt? Nein. Eigentlich nicht. Ein Red Bull, bitte. Ich bin gerade hier. Leo, komm jagen. Na Leo, wir spielen gerade, ne? Wir drehen gerade ein Video, ne? Achso. Tschüss. Hast du Parfüm mit dir? Ja. Du hast, glaube ich, das Beste hier, ne? Blöde Chanel. Du musst ja nicht viel schleppen, weil es ist schwer. So, die Kulturtasche ist auch... Zahnpasta fehlt. Oh, das ist wichtig. Nimm Papas. Ich kaufe meine nach. Weil seine ist voll. Papas ist voll. Es ist fast leer, die Zahnpasta. Achso. Das meine ich. Hast du Papas genommen? Ja. Ja, okay. So, das kommt aber auch hier rein. Lies mal kurz mal die Liste. Du hast... Guck mal, wie viel Süß sitzt da. Wartet. Na, Leo. Was da drauf steht. Kommt da von Leid hoch? Ja. Willst du mit der Klassenfahrt fahren? Oh, ja. Kleidung, wie geht das Wetter? Doch. Also Hartz. Kleidung hab ich. Ja. Badesachen. Stimmt. Und Handtuch. Oh, ja. Mehrere Handtücher wahrscheinlich. Also nicht nur zum Baden. Wo ist denn deine denn? Da ist nichts. Oder was tust du da? Wo ist denn die blaue Badehose? Die ist irgendwo darunter gerutscht. Dahinter. Bei dem Schrank. Socken hast du auch alle mit. Für alle Tage. Und auch T-Shirts. So fünf T-Shirts. Ja. So, dann kannst du das einmal als Fernseher bringen. Ja, ich hab die gern. Also, es ist noch was auf der Wäscheleine, ne? Ja. T-Shirt mit, lange Hose. Wie viele T-Shirts hast du jetzt mit? Die Hose kommt da? Äh... Drei. Ne, nimm mal lieber... Nimm mal lieber noch eins mehr. Okay. Würde ich mal sagen. Lieber eins mehr. Und dann brauchen wir noch Handtücher. Einmal zum... Händ... Ja, ich hol Handtücher. Ja. T-Shirt eingepackt? Ja. Schlaffi-Sachen. Oh Gott, in was schläfst du denn? Im T-Shirt? Ja. Und wie ist die Zimmeraufteilung? Also, wie habt ihr das da... Habt ihr schon geteilt? Ja. Ja? Vier? Achso. Okay, dann habt ihr... Also... Ihr wird nachher komplett müde in der Haare gehen. Ihr wird nachher eine ganze Woche ausschlafen müssen wahrscheinlich. Nach diesen fünf Tagen. Und dann wandert ihr jeden Tag. Hab ich so gelesen, ne? Warte mal. Ich war für die Tagesgepäckte, ne? Ja. Stimmt. Danke schön. Danke schön. Oder kannst du mir aber zur Hand hier bringen? Ja, echt nicht. Soll ich dir noch deinen Koffer nachher zusammenlegen? Ja. Dann dich noch am besten zur Schule fahren, oder wo auch mehr Urlaub gefasst haben? Morgen zum Bahnhof fahren. Da stand mindestens 0,75. Ja. Ja, okay. Reicht. Zwei große am besten und zwei kleine. Dann das Portemonnaie. Hab ich hier vorne rein. Achja, was ist dann mit, äh... Ausweis, versicherten Karte? Muss mit? Ja. Gebe ich dir einfach mit. Mhm. Geld musst du mitnehmen. Du. Geld. Ich fall mir schon. Das ist zu viel. Ich nehme immer mein Portemonnaie bei mir mit hin. Ach so. Na gut. Ja. So, in meiner Bauchtasche habe ich jetzt meine Portemonnaie. Meine Airpods. Äh, Powerbank brauche ich noch einmal mit in meiner Bauchtasche. Die ist schon geladen. Kannst du mitnehmen. Wo ist die denn? Aber licht immer drauf auf den Tisch. Und jetzt nehmen wir noch einmal hier ein Ladekabel mit. Ähm, und in meiner Bauchtasche noch einmal die Powerbank und für die Powerbank nochmal ein Kabel hier. Jetzt noch einmal hier die Powerbank in die Bauchtasche rein. Was brauche ich noch so da drinnen? Am besten nochmal kurz lesen. Ähm. Sieht eigentlich bis jetzt ganz gut aus. T-Shirt kommt noch nach. Und eine lange Hose packen wir noch rein. Rucksack habe ich. Brotdose. Gebe ich dir. Kulturbeutel. Shampoo. Shampoo? Guck rein. Dein Kulturbeutel ist wo? Du hattest so eine kleine Dose da eigentlich drin mit, äh, das ist für beides Haare. Achso doch, da war es schon, oder? War zumindest. Also, zweitmal. Ne. Das und Adidas. Ähm. Aber dann brauchst du nicht zwei Deos, weil, guck mal. Ich hab doch nur zwei Deos. Ne, da ist nur so ein kleines. Da guckst du. Achso. Da ist auch noch. Ach, dann. Hast du noch gar nicht benutzt. Dann pack ich das große weg. Ja, okay. Reicht das kleine? Ja. Für so ne fünf Tage weg, ne? So, Couture Tasche ist zu. Ich glaub, also ich denke mal jetzt, dass ich alles eingepackt habe, oder? Guck nochmal. Bin gespannt, ob dein Koffer gleich schwer ist, aber eigentlich nicht, ne? Ja. Wandern. Wanderhose. Lies mal kurz. Wanderhose. Wanderhose. Ne, trocken. Kein Jeansstopp. Ne, ne. Hose dabei. Rucksack. Brotdose. Kudurbeutel. Kleidung. Ja. Ich bin fertig. Also das würde ich jetzt mein Rucksack sein. Dein Rucksack ist übrigens dein Koffer. Äh, mein Koffer. Hast du vorhin auch? Nö. Den kann man auch rollen, ne? Ja. Wo fahrt ihr mal auf Klassenfahrt? Also wenn ihr auf Klassenfahrt fahrt, wo fahrt ihr dann hin? Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Deine Rucksack. Töter und Schöder. Ja. Töter. Döter. Einer Reichweite. Töter. Döter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020